Peace. Mein Name ist Chilla, ich bin Rapper und wie das Ganze aussieht, seht ihr da. Anfang nächsten Jahres kommt mein zweites Album raus und bis dahin habt ihr die Möglichkeit auf YouTube die Serie Road to 2013 zu verfolgen und immer mal wieder exklusive Einblicke zu bekommen. Making-ofs, Specials, E-Productions, Drehs zu allem möglichen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß und bis bald, freut euch auf das Album mit dem Brett. Tschö.